Oh Gott. Oh, oh, die kommen gleich. Yo, Alter. Alter. Oh, shit. Die haben jetzt alles. Die haben das Geld. Oh, Gott. Okay. Ja, mit dabei ist Pat. Nächster Sünthe. Hallo. Hallo. Ja, nächste Take, mein Lieber. Willst du das mal erklären? Boah, nice. Ich habe richtig Bock, das zu erklären. Nice. Ja, zum ersten Mal. Danke, danke. Ja? Ähm, ja. Soll ich erklären? Ja, kannst du gerne machen. Ähm, also das Spiel ist ungefähr so wie Bad Wars mit der Besonderheit, also es sind einige Besonderheiten noch dabei. Zum Beispiel, dass, wenn man stirbt, dass man nicht einfach so respawnen kann. Sorry, ich muss einmal ganz kurz was. Ich bin bei Team Grün und die checken gerade nicht. Oh Gott. Nein, mach mal, mach mal. Jetzt musst du alle rundhauen. Oh, 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 oh. Ja, ich sehe dich perfekt. Ja, nice, die können nicht respawnen. Ja, ja. Aber der eine kämpft da. Okay, shit. Okay, zwei. Habe ich jetzt schon weg. Ich komme auch mal zur Verstärkung. So, hier kann man sich Sachen kaufen. Nice, komm, komm, komm. So, für Gold natürlich. Äh, auch normale Sachen. Der PetroStorm. Hä? Wo sind die hin? Die sind weg? Soll ich kommen, oder? Ja, Team Grün ist ausgeschieden. Ach, stimmt. Alter, Jungs, das war schon mal der erste Meilenstein hier. Da brauche ich euch nicht mehr erklären, jetzt habt ihr es verstanden, Leute. Genau. Also man hat hier einfach einen Job. Wenn man stirbt, kommt man in das Gefängnis hier. Es gibt unterschiedliche Maps. Und wenn man hier dranläuft, dann kann man den, also wenn man lebendig ist, hier dranläuft, kann man den anderen, der im Gefängnis ist, rausholen. Und ansonsten, wenn alle gestorben sind im Gefängnis, dann ist man halt komplett raus. Und, ähm, es ist, die Besondere auch hierbei, es ist spiegelverkehrt. Das heißt, können wir uns hier irgendwo sehen? Ich weiß es nicht. Ne, ich glaube nicht, oder? Doch, man kann sich auch selber sehen. Doch, echt wo? Aber auf welcher Seite? Ist halt alles so, alles richtig weird. Da ist zum Beispiel Grün, da ist Grün. Die haben wir. Die haben wir auch. Jawohl. Wo seid ihr? Ich muss euch gerade voll ins Wort fallen, das tut mir echt leid. Aber es ist gerade ein bisschen hektisch. So ein Team Blau ist auch weg vom Fenster. Ganz, oder was? Ja. Wir sind gegen diagonal von euch. Wir sind einfach immer, wir sind einfach immer von hinten losgegangen, weißt du, das hier. Lol, okay, ja klar, stimmt. So, dann kaufe ich mir auch nochmal ein paar Blöcke. So, die zerbrechen übrigens. Ich bleibe einfach immer in der Base und dann können die respawnen, falls ihr sterbt. Okay, komm, jetzt nochmal die gleiche Taktik, ne? Warte kurz, Pat, warte kurz, warte kurz. So, ich gehe mal zu dem Gelben. Wollen wir auf Gelb gehen? Also du von vorne, wir von rechts. Ja, okay, können wir machen. Ja. Aufpassen. Oh, go, go. Gut, alles gut, alles gut. Warte, ich bin noch nicht da, ne? Aber jetzt gleich. Immer sneaken, immer sneaken, ne? Oh shit, nein, fuck. Immer sneaken, 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 sneaken. Da eine hat mich runtergeschlagen. Ja, alles cool, die sind abgelinkt, die sind abgelinkt. Hier, hier, jetzt darf ich. Lenk, danke. Ich mach noch ein bisschen ab, okay? Ich brauche, äh, Dinge. Immer sneaken. So, jetzt, 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 jetzt. Noch nicht, warte, noch nicht, wartet auf mich, okay? Komm, 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 jetzt runter, runter. Okay, wartet nicht. Habt ihr die? Nein, Basti kommt. Komm, helfen. Nein, die habt ihr gleich, oder? Ne, die konnten sich wüsten, weil sie immer halt müssen. Ah, fuck, ihr hättet warten müssen, Scheiße. Ja, aber das hat, das hat die ganze Zeit geklappt, deshalb dachte ich mir, ich mach das nochmal. Okay. Aber sollen wir, ihr müsst wieder von der Rückseite kommen. Ja, ja. Es war so random, jetzt wirklich, das war so random, dass das geklappt hat. Ich kann es irgendwie noch nicht so glauben. Ich werde gerade angeschrieben mit mega krasse Taktik, danke, ich bin einfach Taktik-Füchse. Die haben uns so lange überlegt, die Taktik, ne? Passt auf mich, dass das Auto von oben gleich kommt. Locker, warte. Ne, noch nicht. Sollen wir nochmal auch versuchen, gleich? Wo, wo geht ihr lang? Wo geht ihr, wo geht ihr lang? Lenkt ihr ab, ne? Ja, wir gehen wieder von links. Okay. Moin. Dann komme ich von vorne so einfach. Ich muss mir ein bester Schwert holen. Das ist jetzt schon mal eine erfolgreiche Runde hier bislang. Ja, also das war bis jetzt die beste, abseits der Lecky-Runde, abseits der Runden, wo wir da gestorben sind. Aber die Mette ist irgendwie auch verwirrend, ne? Kann das sein. Ja, doch, finde ich auch ein bisschen. Ja, wir sind halt nicht in unserer Base, weißt du, ich meine, die können sich das halt denken. Einer sneakt doch ganz gut an der Karte. Es gibt ja noch zwei andere Teams. Ah, nee, das ist das letzte Team, oder? Sollen wir versuchen. Ja, die kommen, die kommen, die kommen. Komm, komm, Phil. Tim, schnell, 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 Tim, Tim, jetzt, jetzt oder nie. Wollen wir runtergehen? Ja, runter. Leut, bei mir hat es ein direkt, so, ich mach mal die Kappe. Ja, das schaffen wir nicht. Die sind zu krass equipped. Ah, fuck. Ja, 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 ja. Wir gehen schon dir, Mann, erstellen. Hinter dir, Phil, 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 deine Böcke. Nein, jetzt bin ich so, jetzt bin ich da gerade durchgeflogen. Oh, Mann. Ach, die Scheiße. Mann, das hat am Anfang so gut funktioniert mit dem von oben abfacken, ne? Das hat keiner gecheckt. Das Ding ist, da könnte ich jetzt aber gut equippen, weil die werden jetzt nicht irgendwie kommen. Ach so, ich hol mir jetzt die Müsse, warte. Ah, Mann. Ich brauche noch eine gute Rüstung vielleicht, jawohl. Ja, die kann ich so ein bisschen auf den Trab halten. Oh Gott. Oh, die kommen gleich. Yo, Alter. Alter, oh shit. Die haben jetzt alles. Die haben das Geld. Oh Gott, die kommen, die kommen. Die sind runtergeflogen. Ja, Mann. Nice, alle, ja. Und die können respawn. Mega. Ne, ne, ich bin vor dem hier Ding. Jim, wir können jetzt rüber rushen. Wir müssen jetzt rüber rushen. Die sind schon tot, die sind schon tot. Hä, die sind doch, oh nein. Was? Wie gut, wie random war das denn? Nice. Oh mein Gott, was ist da passiert, Alter? Mega nice. Sehr nice. Hä, das war eigentlich ohne Scheiß gut gemacht von dem mit den Special-Items einsetzen. Aber die haben es nur dumm, ja, umgesetzt am Ende. Das war, das war eine schöne Runde. Bist du ja gesagt, war unlucky, würde ich sagen. Bad luck für die. Ja, ey, guck mal, Junge, wie viele Sachen die in der Base hatten. Ja. Heftig. Also diese Fascheln. Das ist ne Alter, was zum Fick. Hä, ich kann fliegen? Man kann fliegen? Ja, weil die ohne vorbei waren. Oh, die Jungs, ey. Ja, ne, also ich würde sagen, war ja irgendwie erfolgreich, auch wenn das total durcheinander war am Anfang. Oh ja. Ja. Ich würde sagen, Jungs, das war's. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Könnt gerne den Spielmodus ab sofort zocken, wenn ihr das Video hier seht. Und, ja, schaut bei den Leuten vorbei, die auch mit am Start waren. Die haben alle aufgenommen, oder? Genau, ja, auf jeden Fall. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.